Ich muss erst mal überlegen, was ich noch so dazu erzählen kann. Du hättest vorher dann ein Loretta abschließen müssen mit den anderen Teilnehmern vom Tennis-Tennis-Spiel. Hättest du sagen müssen, wir spielen um Euro. Und dann, weil die denken, vielleicht du kennst das nicht oder kannst das nicht. Was spielen die? Dass die nicht vorher wissen konnten, dass du so gut spielst. Dass die dachten, ja, vielleicht eine junge Frau, die kann bestimmt das zu spielen, hat keine Ahnung mehr. Ja, das würde ich sagen, ja. Na ja, aber jetzt soll ich das nochmal sagen, was ich jetzt nochmal erzählen? Nein, du kannst aber stolz auf dich sein. Kannst du erzählen. Also filmst du schon?